Alter, es geht halt in alle Richtungen. Guck dir das mal an. Ne, hier ist die Map-Grenze. Hier ist die Map-Grenze. Da unten komme ich momentan nicht hin. Hier ist komischerweise mein Gebiet, aber da bin ich gar nicht da. Ah, oder war das das Stück, was ich am Anfang... Wir gehen erstmal hier hin. Erstmal Neapel. Hätte ich jetzt mal gesagt. Wichtigstes Ding ist erstmal wieder eine neue Hafenstadt. Okay. Kann ich das Ding zurückziehen, weil wir sieht man ja genau, dass der nicht lang überlebt. Das ist jetzt reichend ab der Kanone. Now that Salerno is secure, we should head toward Rome. The port in Naples and the Foggia airfield are both good choices for our next objective. Alternatively, targeting Potenza would give us control of a central hub and a stronger hold on the region before we move north. Stärken Sie das Standbein. Commander, now that we've got Salerno under control, we need to decide where we're headed next. Potenza, wo is Potenza? Foggia airfield, das is ja ganz da hinten. Potenza is da drüben. Ne, dann gehen wir uns ja erst nach Neapel, das ist ja am nächsten. So. Löschen Sie den Brand im Depot. Freigeschaltet, der Weg voraus. Der Feuer in der Supplydepot hat sich mitgebracht, Sir. Vieles von der Fassilität wurde zerbrochen, aber wir konnten, dass wir noch weitere Ressourcen salvernieren. So, also, dann gehen wir jetzt erstmal Altvilla erobern. Ihre Kompanien haben Abteilungen freigeschaltet. Abteilungen können erworben werden, um neue Fähigkeiten zu erhalten und die Autogefechtkraft einer Kompanie zu verstärken. Einige Abteilungen schalten die Fähigkeit frei, stationäre Geschützstellungen zu bauen, wie etwa Hobbitzenflug haben wir geschützt im Vorratslager. Der hat momentan Null, okay. Können wir eine Einheit quasi gegen hier, Athena, Lusana schicken. Und dann über Umwege nach Potenza und dann den Rest hier unten einnehmen. Alter, die Karte ist ja echt riesig. Ah, guck mal, da waren wir am Anfang. Das war unser, glaube ich, der erste Ding da. Genau, und jetzt sind wir hier. Uff. Oh Gott, Alter. Soll ich mal Google Maps aufmachen und gucken, wo wir hier überhaupt sind? Aber wir sind ziemlich unten am Stiefel, also müsste ja Rom irgendwo in der Richtung ganz da oben sein. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Häfen, dass ich mehr Einheiten habe, um das alles einzunehmen. All right, man, we're up. So, kann ich denn hier was bauen? Feldverteidigung. Vorratslager, Hauptwitzentstellung. Benötigt Hauptwitzentstellung. Hier haben wir einen Punkt. Leuchtgranatenwand, Rauchwand zur Verteidigung. Angriffsleuchtsignale, Phosphorbombe. Wir können mal hier, dass der Ding automatisch nicht, äh... Habe ich jetzt was eingenommen? Keine Ahnung. Hatte ich jetzt nicht noch... Heads up, man. We've been given our orders. Your fellows are depending on you. Okay. Es ist schlecht. Erlittener Schaden. Flugabwehr freischalten. Tommyabteilung freischalten. Haubitzenabteilung freischalten. Abteilungsplatz. Kann ich jetzt da irgendwo? Kompanie, Sperrfeuer. Ah. Deswegen habe ich da Schaden verloren. Das war ein MG-Bunker, an dem ich durchgefahren bin und schon allein nichts durchgefahren bin. Kann ich jetzt haubitzen? Haubitzenabteilung verfügbar. Unterstützungsplan, okay. Ah, okay. Weitere Ding. Feldverteidigung. Benötigt, patrouilliert nicht. Okay. Kann ich mit denen noch was? Mit denen kann ich auch noch laufen. Kann ich jetzt hier eine Feldverteidigung bauen? Nee, kann ich hier nicht. Haubitzen freischalten. Kann ich jetzt haubitzen freischalten? Bevölkerungslimit erreicht. Okay. Das ist schlecht. Auf der Übersichtskarte gehört das zu Dingen. Okay, aber kann ich jetzt noch irgendwas angreifen mit der Artillerie? Hier anscheinend nicht. Das ist der hier, das ist der hier, das ist der hier, das ist der hier. Also, Runde beenden. Feindliche Aktion, was kommt? Stuka Angriffsflug. Da knallt noch was ganz anderes. If anyone can hear this, we need help. There are soldiers trying to find us and they shot Allegra. I don't think we can hide much longer. Orten Sie den Notruf. Ja, da gehe ich dann mit Denne hin. So, jetzt haben wir. So, dann gehen wir erstmal mit Denne. So, hier ist erstmal nichts. Da ist nochmal ein MG-Bunker. Okay. Orten Sie den Notruf daher. Okay. The sooner we go, the sooner we get there. SSF, we've got order. Sir, it appears some of the locals have been pinned down by German forces. Our men are under prepared, but we could attempt to assist them. Natürlich, helfen wir den. Immediately, Sir. Commander, my name is Eleonora Valenti and I speak for the local parties and resistance groups. German troops are attacking a nearby town and parties and defenders are being overwhelmed. We need allied help. Okay. Dann hauen wir mal rein, oder? Das wird in der Baustleck steuert haben. Looks like the locals could do with a hand. Say the words, Sir. Right, men. The Partisans are in that town. A couple of our squads have already started up the hill. We'll join them closer to the top. Ready for deployment, Sir. Anti-tank weapon. Can't leave it lying around. That building will make a good forward base. Flush the German forces out and get set up. Gefangene Partisanen, okay. Treiben Sie die stationierten Gruppenherrheis. Under fire! Small arms! Get on with it! Clear out the windows. Be ready to engage. Lock and load. God damn it, what now? All right, men. Stand by. Leave those fuckers out of there. Make a decision. Grab your kit. Go! Take your fire from down there. Jump to it, boys. You can't let them cut them off. Why? Not exactly the Ritz, is it? Never mind, it'll do. Ritz, get in there! So, er hat sich automatisch in ein Ding gemacht. Bazooka-Trupp, Schützen-Trupp, Mörser-Trupp. Erstmal Mörser-Trupp. On our way, sir. Gräser-Wit-Laggen behind. There's a zusätzliche Feuerkraft, der Schnee-Verkehrt von hinterher-Ding. Automatische Verstärkung deaktiviert. Nee, lassen wir mal. Sniper, reporting. Ah, ich hätte nicht mal was oder? The Partisans are taking too many casualties. Order just came through on the radio. You got it, buddy. Patching myself up. Wollt gerade sagen, ich hab doch Ding, wenn ich den Schützen-Trupp mach. We're locked and loaded. All right, all right. Kann ich besser Ding, kann ich besser. Ja. Hab ich schon wieder Bevölkerungslimit, Tatsache. Rifles ship those Ashes. Mortar-Crew! We've got more crowd infantry coming up the north side of the hill. Fall in, Squad! What's up? Nein, die will ich doch gar nicht. Äh, nein, 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 wo wollt ihr hin? Ihr sollt hier bleiben. Warte für die Reload! Wir haben noch einen Sekunden, keine Ahnung zu gehen! Sie müssen uns hier drücken. Die Position ist perfekt. Wir kommen in. Wurde sie werden mit! Schläge sie! Sie sollten nicht mehr schlafen! Gut, kann ich noch einen MG-Druck? Nee, kann ich nicht. Mach mal ein paar Sucher. Warte! Inventaries wollen wir bereit sein! Schau mal hier! Schau mal hier! Die Krauts haben unsere anderen Squadten in einer Blockade gebrochen. Lass uns die Hand geben. Räumt die Blockade der Straße. Das sind wir, Leute! Sieht so aus, dass ihr euch in ein bisschen Probleme habt. Schau mal! Lass uns die Krautschreine schlafen! Lass uns ein guter Plan, Corporal! Was haben wir hier noch? Fantastisch! Was ist die Mission? Genau! Alles weiter. Die Männer bereit! Free tank plus hour! Free tank plus hour! Sorry, man, I got to... Look alive! Orders incoming! This isn't up! Get going, man! Get the gates at the front! Troopers eliminated across our line! You got a target? They had their chance to run! Okay, men. The town's clear, but the Krauts have got more troops heading this way. We didn't get this far to back off now. Prep for the counterattack. Come on, let's get this show on the road! So, prep first for the thing, for the counterattack. Welcome, Corporal! We have medical supplies if you need them. And if you'd like to stick around and shoot a few more Germans, I won't object. Haha, we'll see what we can do. Deal with him later! So, we'll have another Panzer-Schreck. We need orders. Anti-tanker weapons! They have no time to track us! Come on! No time to track us! Come on! Get back! Stand ready! The commandos carving the way! Get out of the enemy! Machen Sie sich bereit für einen Gegenangriff. Ah, der Gegenangriff kommt aus der Richtung. Okay. Dann würde ich doch mal sagen. MG, waiting on you! Get a move on! Come on! MG, daher. Shoulder those guns! We're good to go! Hätte ich mal fast gesagt. Wo ist schon unser Mörser? Indirect-fire-crew ready for the go! Mörser werden wir natürlich hier aufstellen. We are loaded and bring better hope the way is clear. Resistance fighters will get there. Sharpshooters follow me. We are going in. Entity is standing by. Smoke bombs loaded and ready. We're up, boys. Let's advance. Hey, you got a job for? New guys up? Make it quick. We can do that. Keep to the shadows. Sharpshooters, making our move. Okay, der hat sich da irgendwie fischgepackt. Look sharp, fellas. We're heading to the new coordinates. Moving to the new destination. Waiting on, sir. Let's head out. Good. Noch was bauen kann ich momentan eh nicht. Kann die Sichtlinie versperren. Weil die mehrige Bevölkerungslimit erreicht. Ich habe jetzt aber gerade keine freie Einladung. Da geht er komischerweise rein. Jetzt geht's. Okay. Schrapshooters, making our move. Engineer is here. Ich guck grad sagen, wo stelle ich denn am besten das Ding, der Flammewerfer hin? Oh, da ist noch ein Maschinengewehr. Ist willig. Heads up, man. You can operate it. So do it. Sag mir doch, dass da noch ein Maschinengewehr steht, hey. We are loaded and ready to go. Leichte Maschinen. Runners are bringing in an upgrade. Need some recon, sir? We need orders. Eager to be rid of us. This is our time to shine. Come on. Target their key units. Let's see if we can force a retreat. MG moving on. Hey, attention. Das ist nur die Frage, wo ich gehe mit allen hin? Okay. Das Maschinengewehr ist da irgendwie blöd. Das Feuer da gar noch nicht. They have the high ground. We need to move. We need to move. Eager to get to it. Trooper is eliminated. Trooper is on the right. We need to move. Make it quick and make it loud. Infantry kills. Mageせ. Ro sp breasts. There you go, sir. The hell you waiting for? We're ready for orders. Troopers are going nowhere. Come on, man. Let's go. Useこれで vegans have a refascend here. yyy. What's the up? Fire. We've got a floor. fire. We need to have aana six meter으면 꼭. Bleib auf und runter! Fäschi, stein, roves! Geh deinen Scheiß, geh! Bereit, um zu deployen! Wir sind auf dem Weg! Geh die Schäden bereit. Die Orte kamen gerade in. Das war's. Besiegen Sie die Schlüsseltrupps, um einen Rückzug zu erzwingen. Welche Schlüsseltrupps? Orte, Sir! Fehlaktivität, nahe am Amunitionspunkt! MG, warte auf dich! MG, warte auf dich! Okay, da ist... Ah, okay, das ist jetzt auch neu, dass es gewisse Sichtungen gibt. Hey, man, boah! Warum stehe ich immer die Schlüsseltruppe, hm? Ha, ha, ha! Well, aren't we a sight-missorized? Engineers looking for trouble! So, kommt da noch was da, kommt da drüber. Ja, also in die vorige Teile waren die... ...waren die Endos definitiv penetranger, ja. ...was das Sound angeht. Alter, muss ich jetzt echt warten, bis dieser ganze Balken runter ist, bis alles angegriffen hat, oder was? Ready with the knives! Bessere Freischalten-Sprengladen-Zeitzünder? Habe ich irgendeine Einheit, die sich tragen kann? What do you need? Explosive Explosive Explosive! Oh, oh, oh! Sport decorator! Wir locken und losd. All right, boys. Advance, stay alert! Wir werden ein bisschen essen, boys. Orders in kommen, man! Kill das loader! Habe ich um! Habe ich die Promotions! ja komm noch eine Panzerfaustadt drauf Ich glaube, der Balken da oben bewegt sich nicht. Erhüpfen sie die Partys an, ich probiere das die ganze Zeit. Ich bin in Gefahr, ich möchte auch noch wissen, was diese Unge heißen. Geh die mal da rein. SSF Kommando Trupp. Was heißt da? Und mach es laut! Wir sind auf, wir müssen gehen! Unsere Leute sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Ich bin bereit! Wer hat Ihre Beine gehört? Ja, ich bin bereit! Oh! Oh! Busch, er muss ihn auf! Bereit für die Beleumung! Wir haben TNT! Kyle, schnell, mach ihn! Kyle, in die Armour! Mein Team wird rief! Alle drauf! Wir sind bereit! Alle drauf! Wir sind die ganze Feuerwehr-Satoren. Wir haben sie getötet. Wir sind zusammen! Jetzt schützen sie den Munderschlupf der Partizanen. Widerstandskämpfer-Trupp, MVP-Kills-8. Ja, gut, also. Wir können das noch angreifen hier. So, und dann habe ich ja gesagt, mit der einen Truppe, mit der ich hier bin. Die haben sich schon bewegt, oder? Ja, die haben sich schon bewegt. Okay, dann bleibt ihr da. So, Kompaniesperrfeuer, zu nahe. Zu nahe. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kann ich das noch mitnehmen? Nee, das ist nur Ding. Bei den Nummern, Leute. Let's do it. Damit hätten wir das auch. Und dann würde ich mal sagen, bevor wir in Runde 7 gehen, sieht es doch erst einmal so aus, als hätten wir hier unser Ding erst einmal erreicht. Hier, hätte ich gesagt, geht an die nächste Runde auf die hier. Und die Artillerie, ich weiß nicht, der Balken da oben ist halt leer, die sind halt wahrscheinlich gleich tot. Dann hat mir die Artillerie nicht so wirklich viel geholfen. Aber, ich meine, wenn ich sehe, wie riesig diese Karte noch ist, bis ich allein nicht da hinten bin. Thermoli. Boah, alter, dass ich in dem Hafen da dran bin. Ich weiß nicht, ob das da noch als Hafenzelt. Das ist wahrscheinlich nur ein Munitionsding, das ist ein Hafen. Bari, da hinten müssen wir auf jeden Fall Ding, da müssen wir hier mit einer Einheit den ganzen Weg hier unten machen und mit den anderen dann hier oben. Aber wahrscheinlich müssen wir dann erstmal hier rüber ziehen. Boah, das wird noch, das wird auf jeden Fall noch spaßig, aber da ich ja morgen auch wieder arbeiten muss, würde ich erst einmal sagen, Bomber freischalten. Warum nicht? Kampfflugzeug freischalten, Aufklärungsflug, Nachschub, Abwurf. Kann ich eigentlich noch posten? Ne, hier kann ich nichts freischalten. Hier könnte ich jetzt nur wieder Verstärkung holen, aber die bringt mir momentan nichts, da ich ja kein Ding habe. Hier kann ich nichts freischalten, hier kann ich nichts freischalten. Erste Hilfe Paket passiv, Ziel heilen, freischalten. Also jetzt muss ich ja stinken. Kann ich? Die heilen sich. Uh, yeah, nice. Gut, passt. Nächste Runde dann die anderen. Vermutlich müssen wir das hier auch noch machen. Ziel reparieren. Verbündete Panzerkompanie oder Struktur anvisieren. Ah, ja. Perfekt. Und damit, ciao Fans, bis morgen. Tschüss. § Vielen Dank.